Aktuell ist es ja schon fast im Trend, sein mobiles Game auf Twitch zu streamen und ich zeige dir heute, wie du von dem Android-Smartphone oder dem Android-Tablet den Bildschirm in OBS bekommst, damit du das Ganze auf Twitch streamen kannst. Wenn du auch wissen möchtest, wie das Ganze bei Apple funktioniert, dann schreib es doch sehr gerne in die Kommentare und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Und wir fangen jetzt allererstes auf dem Smartphone an und wir müssen hier zwei simple Sachen machen. Zum einen müssen wir erstmal die Einstellungen und den Entwicklermodus anmachen. Das macht ihr ganz einfach, indem ihr nach ganz unten scrollt. Auf über das Telefon klickt und dann einfach ganz unten die Bildnummer fünfmal antippt und dann öffnet sich bzw. dann habt ihr den Entwicklermodus freigeschaltet. Das Ganze müsst ihr jetzt hier einmal mit eurem PIN oder Fingerabdruck oder Face ID, was auch immer, bestätigen. Und dann kommen wir hier ganz einfach zurück. Dann gehen wir auf System und hier unten müsste jetzt Entwickleroption stehen. Da können wir dann drauf tippen und dann scrollen wir hier runter bis zu USB-Debugging. Das machen wir einfach einmal an, bestätigen das Ganze mit OK und das war es im Prinzip. Jetzt schließen wir das Handy einfach an unserem Windows-PC an und machen direkt auf dem PC jetzt weiter. So und auf dem PC müssen wir uns letztendlich bloß noch ein kleines Programm runterladen und das von GitHub von dieser Seite hier, die ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dann scrollen wir hier einfach runter bis zur Summary hier. Dann können wir auf Download neben Windows klicken oder wir scrollen noch ein Stück weiter runter und gehen hier bei Windows einfach auf die SourcePy WinZip-Datei bla bla. Ich mache das jetzt hier oben bei Download einfach. Dann fängt er hier an zu downloaden. Dann gehen wir in den Download-Ordner, machen rechtsklick auf den runtergeladenen Ordner, gehen auf Alle extrahieren. Hier müssen wir dann nichts ändern. Klicken auf Extrahieren. Dann sollte hier ein neuer Ordner sein und zack, öffnet sich der Ordner auch schon direkt von alleine und wir müssen jetzt hier die SourcePy.exe öffnen und dann sollte theoretisch, genau, kommt erstmal dieses Fenster, aber das ist jetzt kein Problem. Das Programm ist soweit vertrauenswürdig. Ich habe es mir auch runtergeladen. Dann klicken wir auf Weitere Informationen, Trotzdem ausführen. Dann öffnet sich kurz CMD und schließt sich auch direkt wieder, denn ich werde jetzt hier auf meinem Handy gefragt, ob ich dem Computer vertrauen möchte. Da klicke ich dann einfach auf Erlauben und entweder öffnet sich das dann direkt von alleine oder wir öffnen es nochmal und dann sollte es auch offen bleiben und zack, sehen wir hier unseren Bildschirm. Ich kann jetzt hier entweder mit meinem Finger direkt auf dem Handy alles bewegen oder auch mit der Maus direkt auf dem Computer. Das ist sehr nice. So, was wir jetzt noch machen ist, wir öffnen ein Spiel, hier in dem Fall jetzt einfach Clash of Clans, dann dreht sich das hier direkt auch und dann geht es in OBS weiter. Ich habe jetzt hier einfach eine neue Szene erstellt und in dieser Szene werden wir jetzt ganz einfach als Quelle eine Fensteraufnahme hinzufügen. Die lasse ich jetzt einfach oder ich nenne sie einfach direkt, ähm, ich nenne sie Clash of Clans, zack, Enter. Und dann nehmen wir das Pixel, also das Fenster heißt dann genauso wie euer Handy praktisch, also in meinem Fall jetzt das Pixel 3a, zack, und schon sehen wir hier Clash of Clans. Jetzt können wir das hier groß machen, so ein bisschen zentrieren, dann haben wir zwar oben und unten ein paar Balken, das ist jetzt nicht so geil, aber besser geht es halt mit dem Programm jetzt nicht. Ja, und dann können wir hier anfangen, einfach eine Runde zu zocken und halt das Ganze von OBS direkt auf Twitch streamen. Genau, das funktioniert einwandfrei, sogar relativ verzögerungsfrei, also tipptopp. Das war es dann auch schon wieder mit diesem Video, ich hoffe, das Video hat dir weitergeholfen und gefallen, wenn ja, dann gib uns doch sehr gerne einen Daumen nach oben, falls du noch mehr praktische Tutorials oder auch irgendwelche Reviews sehen möchtest, dann schreib es doch sehr gerne in die Kommentare und drück auf jeden Fall den Abo-Button, damit es dich verpasst und dann sehen wir uns nächste Woche zum nächsten Powertest wieder. Ciao!